Hallo und willkommen zum letzten Video zu Dependability. Im vorigen Video hatten wir doch Folgendes besprochen. Wir haben gesagt, wir führen Redundanz ein, mehrere Ressourcen, die sich gegenseitig in irgendeiner Form stellvertreten, Aufgaben übernehmen, ablösen, einen Ausfall verdecken können. Um das aber tun zu können, hatten wir verschiedene Modelle für Redundanz, Cold, Hot, Standby, Warm Standbys uns überlegt. Und es war dabei immer die Idee dabei, dass ich vielleicht mitbekommen kann, in der einen oder anderen Form, dass ein anderes System ausgefallen ist. Sei es in einer hierarchischen Gruppe der Anführer, sei es das System, das ich gerade persönlich direkt unmittelbar stellvertreten soll. Wie auch immer, ich muss mitbekommen, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Ich muss einen Ausfall detektieren. Ich brauche einen Failure Detector. In dem Video hier unterhalten wir uns über Failure Detection. Also, wann mache ich den Übergang, die Übergabe der Aufgaben von einem hauptsächlichen eigentlichen System zu einem Standby-System? Wann beschuldige ich denn ein System, das es ausgefallen ist? Das hat zwei Probleme. Das hat das mögliche Problem, dass ich eine Entscheidung für einen Übergang zu spät mache. Das ist im Sinne eines Failure Detectors ein False Negative. Die negative Aussage bei der Detektion des Fehlers ist ja, es funktioniert. Und hier ist der False Negative. Es funktioniert, es liegt kein Fehler vor, aber das war verkehrt. Es lag ein Fehler vor, ich habe es zumindest zu spät gemerkt. Also, ich kann zu spät entscheiden als False Negative. Oder ich kann übereifrig sofort in Panik geraten, nur wenn irgendeine Kleinigkeit vielleicht sich etwas verzögert hat und übereifrig einen False Positive als Failure detektieren, also zu voreilig ein System des Ausfalls beschuldigen und dadurch für Unruhe sorgen. Ein Failure Detector hat genau die Aufgabe, eine vernünftige Balance zwischen diesen beiden Punkten hier hinzubekommen. Sie ahnen, ich sage Balance dazwischen, es wird Ihnen wieder nicht gelingen, unter realen, plausiblen Systemannahmen einen Failure Detector zu bauen, der keine False Negatives und False Positives hat. Eins von beiden ist trivial. Wenn Sie sagen, Sie brauchen einen Failure Detector, der keine False Negatives erzeugt, naja, was machen Sie? Überlegen Sie sich die Begrifflichkeit. Wenn Sie keine False Negatives erzeugen dürfen als Failure Detector, Sie detektieren einen Failure, eine Nicht-Detektion ist die Aussage, es ist positiv. Sie dürfen nie fehlerhaft sagen, es ist positiv. Sie sagen immer, es ist kaputt. Sie sagen immer, es ist kaputt. Umgekehrt sagen Sie immer, wenn Sie keine False Positives erzeugen dürfen, dann sagen Sie, es ist nie kaputt, das funktioniert immer alles. Aber das hilft Ihnen natürlich nicht. Sie brauchen die vernünftige Balance zwischen den beiden Aspekten. So, was kann ein Failure Detector jetzt tun? Im allgemeinen, abstrakten Sinne können Sie sagen, ein Failure Detector hat eigentlich drei mögliche Meinungen, die er über das zu überwachende System haben kann, über den Zustand des zu überwachenden Systems haben kann. Er vertraut dem System, er hält es für in Ordnung. Er ist unsicher, er verdächtigt es, es ist aber noch nicht sicher. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, dass es wirklich ausgefallen ist, nach Meinung des Failure Detectors. Oder der Failure Detector hat sich die Meinung gebildet, jawohl, dieses System ist meiner Meinung nach kaputt. Und jetzt leiten wir irgendwelche Aktionen ein. Das Problem dabei ist, dass diese Meinungsänderung typischerweise verzögert sein wird, gegenüber dem, was das System tatsächlich tut, gegenüber dem wahren Systemzustand. Was ich Ihnen hier versucht habe aufzumalen, ist, über der Zeit, als die untere blaue Kurve, den Wechsel eines reparaturfähigen Repairable Systems, das von OK nach Failed und wieder zurückwechselt, zu irgendwelchen Zeitpunkten. Es spielt keine weitere Rolle, wann das, wie geschieht. Und oben drüber haben wir die Einschätzung unseres Failure Detectors stehen. Zu Beginn ist das System OK und unser Failure Detector denkt auch, es ist OK. Die Meinung stimmt mit der Wirklichkeit überein. Wunderbar. Hier haben wir einen Fall, wo das System ausgefallen ist, gerade nicht in der Lage ist, seinen Dienst zu erbringen. Aber das hat unser Failure Detector nicht mitbekommen. Er hält es fälschlicherweise für korrekt. Er hat den Failure übersehen. Hier verdächtigen Sie einen Ausfall, obwohl alles gut ist. Hier sind Sie noch verzögert, haben den Ausfall noch nicht bemerkt. Hier haben Sie den Ausfall bemerkt und sind aber noch so in der Verdächtigung, in der Suspektphase. Sie haben sich noch keine abschließende Meinung gebildet. Das System hat hier tatsächlich jetzt wieder sich repariert, gebootet oder Ähnliches. Das haben Sie noch nicht unmittelbar gemerkt. Erst hier haben Sie gemerkt, oh, es funktioniert wieder. Hier ist wieder alles schön. Hier ist unser System permanent ausgefallen. Auch hier, ne, Sie denken, es funktioniert noch. Hier verdächtigen Sie es, aber hier ist Ihre Geduld zu Ende. Und Sie stufen es als permanent ausgefallen ein. Okay, das ist so typische Beispiele, was da passieren kann zur Meinungsbildung versus Realität. Was heißt das praktisch? Jetzt brauchen wir natürlich noch praktische Detektoren, die das wirklich tun. Es gibt zwei wesentliche Sorten von Dingen, die Sie tun können. Das erste ist ein sogenannter passiver Failure Detector. Sie machen selber gar nichts. Sie überwachen sich, Sie schauen sich lediglich an, welche Nachrichten sowieso von Ihrem zu überwachenden System entstehen. Zum Beispiel sind Sie in der Lage, Anfrage- und Antwortnachrichten zu beobachten, die in das System und aus dem System herausfließen. Und wenn Sie sehen, dass immer wieder auf Anfragen auch Antworten kommen, dann sind Sie glücklich und halten Ihr System für lebendig. Vielleicht haben Sie sogar die Vereinbarung getroffen mit dem zu überwachenden System, dass es periodisch Nachrichten senden soll. Es soll gelegentlich mal I'm alive, Piep, Piep sagen. Und solange Sie diese Pieps empfangen, ist alles gut. Was passiert, wenn Sie diese Pieps nicht empfangen? Naja, vielleicht ein einziger Piepverlust ist noch nicht unbedingt Grund genug, es für absolut tot zu erklären, aber vielleicht schon Anlass zur Sorge. Das ist ein Suspekt, Sie verdächtigen es. Aber Sie sehen hier sofort diese Diskrepanz zwischen Verdächtigung und Wirklichkeit. Der Verlust einer einzelnen Nachricht heißt noch lange nicht, dass das System wirklich ausgefallen ist. Vielleicht ist nur die I'm alive-Message verloren gegangen. Warten Sie eine zweite, warten Sie eine dritte ab. Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei oder drei oder vier I'm alive-Messages hintereinander verloren gegangen sind, obwohl Ihr System eigentlich funktioniert? Irgendwann werden Sie sagen, das ist zu unwahrscheinlich. Exponentielles Abnehmen, seitliche Redundanz, exponentielles Abnehmen der Wahrscheinlichkeit, dass fünf Nachrichten hintereinander vergangen sind. Irgendwann werden Sie es doch dann für tot erklären. Das wäre ein Passive Failure Detector. Sie können das auch aktiv machen als Failure Detector. Sie können solche I'm alive-Messages explizit anfordern. Das ist ein sogenanntes Heartbeating. Sie senden eine Nachricht, ein Ping, gib mir einmal eine Antwort, bist du noch da? Und Sie erwarten eine Antwort zurück. Und wenn das ein paar Mal nicht funktioniert, dann erklären Sie den anderen Knoten wieder für tot. Beim ersten Verlust sind Sie schon verdächtigt. Verdächtigen Sie ihn schon nach K nicht beantworteten Pings, erklären Sie ihn für tot. Wenn Sie ganz vorsichtig sind, können Sie sagen, naja, vielleicht ist es ja nur mein einer Kommunikationskanal und gar nicht das System nebendran. Dann nehmen wir doch noch einen sekundären Kommunikationskanal dazu. Also, wenn ich mein normales Heartbeating über Kanal 1 mache, zum Beispiel Ihr Ethernet-Kabel, und ich bekomme die Antworten, ist alles gut. Aber wenn Ihre Pings nicht mehr beantwortet werden, versuchen Sie einen anderen Kanal dazu zu nehmen. Sie könnten auf ein anderes Kommunikationsmedium ausweichen. Sie nehmen WiFi dazu, Sie schreiben irgendwelche Dateien in ein gemeinsames File-System, die beantwortet werden sollen. Sie fragen einen Nachbarn, ob der auch keine Pings mehr zurückbekommt. Die Möglichkeiten sind Legion, hier haben Sie viele Optionen, wie Sie das gestalten können. Und auch hier geht es wieder um, das ist was, das ist ein Beispiel für Redundanz. Hier Redundanz im Kommunikationskanal, wie Sie mit dem zu überwachenden System als Failure-Detektor interagieren und kommunizieren. Okay, so, dann brauchen wir als letztes noch den Gedanken des sogenannten Scopes. Wen überwachen Sie eigentlich? Natürlich machen Sie das nur für Ihre Nachbarn, für Systeme, mit denen Sie unmittelbar detektieren können, oder für weiter entfernte Systeme. Das ganze Internet werden Sie jetzt vermutlich nicht hart bieten wollen. Das ist der Scope, den Sie überwachen und es gibt andererseits noch den Scope, mit dem Sie Ihre Einsichten teilen, an den Sie Ihre Verdächtigungen und für Toterklärungen mitteilen. Das kann auch ebenfalls wieder nur Ihrer Nachbarn sein, das kann das gesamte System sein, alle Knoten in Ihrem Gesamtsystem. Und wie Sie das dann jeweils tun, kann sich unterscheiden von, Sie verbreiten diese Nachricht direkt an alle oder Sie streuen ein Gerücht aus. Sie sagen nur mal Ihrem Nachbarknoten, Knoten 5 ist tot. Ein sogenanntes Gossiping. Wenn die Todeserklärung, die Todesurkunde nicht besonders eilig ist, dann ist das vielleicht das Mittel der Wahl da als weniger Aufwand verursacht. Sie merken, auch hier bei den Failure Detectors gibt es einen großen Gestaltungsspielraum. Es gibt viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Was Sie sich hier merken sollten, ist die Vorstellung, dass Sie den Unterschied zwischen Meinung und Wirklichkeit immer im Kopf behalten müssen. Die Vorstellung, dass es False Positives und False Negatives geben kann bei dem Detektieren von Fehlern. Dass Sie verschiedene Techniken haben, wie Sie das tun können. Active vs. Passive Failure Detection. Und dass es die Frage sich stellt, wen Sie eigentlich überwachen und mit wem Sie eigentlich Ihre Ergebnisse teilen. Das Scoping des Failure Detections. Sehr schön. Damit haben wir die Grundlagen gelegt, wie wir Client-Server-Systeme jetzt tatsächlich verbessern können. Die Dependability haben wir jetzt im Wesentlichen abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns im nächsten Video darüber unterhalten, wie wir daraus plausible Architekturen ableiten. Das wird die Vorstellung von sogenannten Multi-Tier-Architekturen für Client-Server-Systeme sein. Bis dahin, zunächst mal danke fürs Zuhören. 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 Vielen Dank.